Dieser Controller ist perfekt dafür gemacht, um Fortnite besser spielen zu können. Schaut euch das mal an, denn auf der Rückseite befinden sich diese beiden Schalter. Wenn ihr den Regler nach außen stellt, funktioniert der Trigger nämlich wie ein Mausklick. Damit seid ihr einfach viel präziser und könnt eure Waffe noch schneller benutzen. Wenn ihr den Regler auf die Mitte stellt, ist er für den Transport fest verankert. Oder ihr stellt den Regler nach innen, um den Trigger ganz normal benutzen zu können.